Tännenbrunn Wunderschön hier im Wald Die verschiedenen Vögel, die Ruhe, der Duft vom Wald, das ist wahnsinnig. Jetzt laufen wir nämlich mit dem Mio noch eine Runde und da drüben hört man die Grillen, die hört man auch. Und den Hund Stöckle werfen, oder? So, das ist auch was Gebautes, guckt mal, im Wald, wie sieht das aus, da kann man drin hocken. Voll schön, schön gemacht. Gut. 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 Ja. Was hast du gemacht? Ich mache jetzt Video. So. Mal. Sitzen. Fleck. Sitzen. 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 Guten Tag. Geht es euch gut? Ja. 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 Was denkst du? Hi. Was denkst du? Willst du aufstehen? Nein. Ich bleibe liegen. Und du? Guck mal. Amu. Gell? Ihr seid Schwarzwaldkühe. Ahja. So eine süße bist du, ne? Gell? Frieda. Hallo Frieda. Er kommt. Er kommt. Sie denkt wahrscheinlich auch, gell? Was will die von uns? Ja. Ich gehe jetzt nicht raus. Wir fahren weiter. Tschüss Kühe. Bis nächstes Mal. Grüß Gott. Hallo. Guten Tag. Ihr seid im Kindergarten. Ja? Ahja. Auch schön, ne? Wir können im Kindergarten sein. Unser Himmel wird. Am Amen.